Windows Defender Der Windows Defender schützt den Computer vor einer Infizierung. Er bietet Echtzeitschutz und man kann auch jederzeit eine Überprüfung durchführen. Suchen Sie nach Windows Defender und klicken Sie danach auf den Eintrag. Klicken Sie auf Überprüfung, um einen Schnelldurchlauf zu starten. Windows Defender hat nun den Computer auf schädliche Spyware untersucht.